Ich hab's blöd gefühlt, müssen wir vorher aber anders sein. Es scheint eigentlich so nicht so zu klappen, wie ich mir das denk. Das wir erst die anderen zwei brauchen, weil... Tagebuch... Beschaffenden Phonografen... Rosso hat einen... Einer seiner Phonographie bei Birdie starb in einer Wohnung vor dem Büro für kreative Inkubationen. Beschaffenden Phonografen in einem VfK-Beropungsraum. Rosso hat einen... Äh... BKI-Könzentrum. Die Frage ist, also die Punkte sind halt auf jeden Fall der, äh... Dass wir da so jetzt rettend weiterkommen, dann müssen wir irgendwie da reinkommen. Aber aktuell klappt das noch nicht. Kann natürlich auch blöderweise jetzt komplett sein, dass wir da hinlaufen und das auch wieder von Arsch ist. Und wir ja später dort reinkommen, weil wir uns irgendwas fehlt. Wollte ich aber langsam mal einen Vogel kriegen, ich sag's euch. So, jetzt laufen wir schon mal nach rechts. Sofern das überhaupt geht. Muss. Da vorne links. Müssen wir mit der Brücke jetzt drüber? Ja, von mir aus. Lauf mal dann links. Das ist ja gar voll lästig, ne? Lauf der ganze Zeit durch die Gegend und kommen keinen Meter vorwärts. Ja, das ist ja... Ach, es wird dann wenigstens irgendwas reißen können, weil es langsam nervt's. Äh, Buki, du musst jetzt noch 50 Ziegen abfahren. Oh, das klappt. Beim Türschuss, Hiegel, aber da steht ja noch dran, was man braucht. Bei dem Labor, so ist es verständlich. Ist ja okay. Hm, wo geht's denn da rein? Irgendwann hinter oder so, dass wir wissen, wie wir da reinkommen, wäre schön, ne? Sind wir in der Mine? Ich weiß, dass wir da eigentlich nicht rein müssen, aber wenn wir schon mal da sind, wenn wir uns umschauen, vielleicht finden wir ja irgendwas. Außer, dass wir nicht einmal der Trainertime zugepumpt haben, wie sonst was. Sind wir hier. An der Brücke. Ah ja. Da drüben waren wir ja schon. Okay, gut. Dann, äh... Abkürzung mehr oder weniger. Gut, dann gucken wir noch schon, wo es unten lang geht. Weil, fossil. Also, wie gesagt, ich glaube halt echt, dass wir mal da erst später reinkommen. Mit Fortschritt von der Hauptstory. Was es DLC betrifft. Na, Kleiner. Da haben wir eine Abkürzung. Da sind grüne Röhre. Da gibt es ja ganz selb was in der... Ich habe mal nach Bösen mal geschaut. Aber was gräst du davon? Aua! Was ist denn jetzt los? Ich habe er eingebrochen, oder? Tatsächlich. Wie lange hebt denn der Scheiß jetzt an? Äh... Vorteile, Details, Ruf... Verkrüpplung. Dauer, neun Sekunden. LOL. Da habe ich irgendwas gelesen gehabt. Das kann doch nicht wahr sein, dass die da nicht reinkommen. Oh, okay. Ich hab dich verletzt. Oh, okay. Oh! 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 Junge, was hält denn der aus? Wir können auch zusammenhalten, so ist es nicht, nein, ich sag's nur. Oh, das war Ellie? So, Mädels. Manufactory. Kann sein, dass man von der Seite das rennt. Das wäre aber Mut, ey, dass das Spiel uns im Wandersehen leidet. Wie war's mit der grünen Röhre? Da. Super Zeug nicht rein. Oba! Jetzt sagen wir, unsere Rüstung muss man auch mal flicken, die würde auch schon im Arsch sein. Das ist wie ein grün, die ist gelb. Das bringt uns aber auch nix, die für uns nur woanders hin. Ja, das nennt so was. Hallo? Äh, bin ich überladen? Tatsächlich? Ich flippe aus. So, knall dir mal alles rein, so. Ah, wir haben ja. Dann haben wir nochmal einen Aufzug. Das ist real hier So, spring mal drauf So, es dreht ein Mach nur drauf Was ist denn der andere? Ja Mach schon wieder mal da, leck mich doch Ja So Nehmen wir mal die synthetische Manufaktorie, so wir mal da reinkommen Ach, es leck mich noch am Arsch Ich habe noch alles verriegelt So ein Centro für sich Manufaktorie ist aktuell beschränkt Um Zugang anzufordern Nancy Lawrence Goodfellow Büro für kreative Inkubation Oh Mann Echt jetzt Wird er zu schwer Ja Jetzt negativ ist das Drehen der Time Absturz Echt das? Äh 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 Ich bin im Arsch All das Zeug kickt nämlich so Also Das ist immer noch eine falsche Stelle Müsste das rüber erschienen Wird uns aber nix Wenn wir Ja Morgenruin Ja Müsste das auch verkaufen Hast du mal ausgleich die falsche Schnellreise meine ich Ne Verkaufsautomaten So schön Oh Jesus Ich sag's euch Das fackt mich jetzt gerade ab Dass wir nirgends reinkommen Kein weg Kein weg Kein weg Kein weg Kein weg Auch fort mit Haben wir schon Jopp 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 Ich glaube die Kleidung ist langsam schwer ne Haben wir schon ausgerichtet Äh Bald mal Mal Aber Mal Mal noch Kein fort Kein fort Verkaufs aus Verkauf den Moch Hoffentlich gibt's auch was So Dann gehen wir schon wieder dahin Also So Dann gehen wir gleich wieder in der Nähe Besser Straße Wir sind Wir sind da hoch Wo die Brücke ist Machen wir hier nicht ein Aufzug irgendwo Ich meine da hinten ist einfach ein Aufzug Da ist mal lang gelaufen Da ist er doch Wo wir gerade eben noch runter geholt haben Sehr schön Ah Ah Diese Dreckskomeda Alter Ah No Ah Komm wieder zurück Nein Ich will dich auf zu hüpfen Du Echt Schlimm Hammer ist nachgeladen Und Wir werden uns nachgeladen Ja Nachgeladen Das ist ja schön zurück Das Problem wir schon ewig haben Sondern da gehen wir jetzt rüber Kein Aufzug mehr Nix Willst wir wissen was da hingeht Achso haben sie natürlich die Mini durchgelauert Oder den Gang da Wo gehen seine Umwege? Auch jetzt, ja, auf Facebook. Kleiner Sprat, Schnauze. Willst du endlich mal vorwärtskommen? Und Fotografen kriegen? Was ist das, muss ich nicht taktisch ablaufen? Warum versperrt? Deine Mama ist doch versperrt. Ja, ich weiß, dass es da nicht drin ist, aber trotzdem, mir geht es uns im Prinzip. Heißt, dass man theoretisch da reinkommt? Die Frage ist halt, wie? So. Space of choice. Gehen wir es mal da hin. Simpa. Nein, lecker, dann machst du den Platz. Oh, die schlagt mit auf. Da, ich muss ein paar Zeile für alle. Was will ich denn du jetzt? Hopp, geht's auch. Warte mal, da kommen wir noch rein. Lass mich raten, ist versiegelt. Kannst du echt sehen, dass wir jetzt die Story vorantreiben müssen? Ich kann es mir auch nicht mal anders erklären. Außer wir gehen erst zum anderen. Na klar, dann komm mal raus. Ist dann genug hier drin? Nimm's doch mit die Flasche. Hallo. Backfreies Spiel. Danke. Danke. Bis dahin, das sieht aus wie Granaten. Wir können es denn mitnehmen, ey. So zum Kotze. Ich glaube eh... Weil ich habe irgendwann mal ein Plattenspielergläser drin. Daher denke ich, dass wir erst... Eine Sache machen müssen. Jana Schütze, letzter Bericht an den Kollegen, der das hier findet. Wenn du das hier alles... Wenn das hier liest, ähm... Heißt das wohl, dass ich vermutlich tot bin? Das tut mir außerordentlich leid. Ich entschuldige mich auch dafür, dass weiser Stolz jemanden anderen schicken muss, um meinen Job zu erledigen. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeit befindet sich Charles Nowak noch immer im Besitz des Expressbriefzustellungsprototypen. Ich bin der Überzeugung, dass er vollständig den Verstand verloren hat, da er seine Wohnung verlassen und sich mit einer Gruppe Blünderer nicht weit von hier niedergelassen hat. Charles erkennt mich nicht mehr. Er erkennt nicht mal einmal mehr den Werbesong von Special Stories. Als ich ihm vorsingen wollte, um ihn zu beruhigen, hat er mir in den Arm geschossen. Wenn du das hier liest, um den Prototypen zu sichern, solltest du folgendes wissen. Der Prototyp ist nach wie vor intakt. Der Prototyp wurde mobilisiert, um gleichzeitig mehrere Projektile abzufahren. Um den originalen Paketgehäuse Karma wurde wohl dadurch eine Art Bombe ersetzt. Ich möchte anmerken, dass ich diese Motivation nicht abgesignet habe und dass ich es nicht gut heiße, die Konzernkorrespondenz in Brand zu stecken. Die Sittenlosigkeit von Charles kennt keine Grenzen mehr. Der Prototyp wurde ursprünglich entwickelt, um Pakete schneller auszuliefern zu können. Sonst nichts. Und ich würde lieber sterben, als diese brutale Zweckentfremdung mit anziehen zu müssen. Aus diesem Grund werde ich versuchen, Charles in Prototypen abzunehmen. Sollte ich scheitern, bitte ich darum, dass man mich trotzdem meiner Inkompetenz in guter Erinnerung erhält. Oh, dankensvoll, Diana Schutte. Na ja, Mrs. Schutte, wenn sie meinen, Mrs. Schutte, ma'am. 20-Bit-Module. Hat er die mitgenommen? Ja, da. So. Ich will ja mal Trainer teilen. Das bringt ja scheiße mal Kohle, Alter. Ich dachte so, ja, Alter, da war ja überall Spritze, knallt sich die Scheiße rein, wie sonst was, ne? Jetzt bringt das Dreck nochmal Geld. Klingt noch mehr, ey. Voll die Junkies. Mhm. So, oh, machen wir mal ein. Ui, 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 ui. Jetzt haben wir ein ganzes Geplug, aber im Haar, dass ich das auch vorüber in meinem Kopf habe, dass wir da das einholen müssen. Ah, Mann, ich kann die Ausgaben nicht mitnehmen. So, verweil. Ja. Die anderen Sachen haben wir echt noch in der drei Hände. Da waren wir ja gerade drinnen hier. Das ist aber scheiße. Der Siegelt. Uh, wahrscheinlich soll es Story relevant ist einfach mir, sonst die ganze Story vernichtet wird er. Warte, hier war ich drin. Er hat auch irgendwelche öffentliche Räume machen können. Ja, ich bin zu gewohnt, dass die Bomben mir beide nicht explodieren. Äh, ich bin zu gewohnt. Aha. Komme ich da ran? Das werden nur Fragen. Dann geht es auch noch wohin. Ein Aufzug. Okay. Das ist ja logisch, dass wir in dem Fall nach unten. Wie kommen wir auf das Dach hinauf? Da waren wir auch gerade drin. Keine Türen, nichts. Also wie gesagt, ich denke, wir müssen jetzt die Main Story weitermachen, sonst klappt hier gar nichts. Ich regne mich nur noch mehr auf, bis hier nichts vorwärts geht. Was ist die Frage, wie wir es denn da aufs Dach hochkommen? Soll ich da hochfliegen, oder? Weirder Scheiß manchmal gerade. Ja, überall kommt man da rein. Also dann, äh... Deine Rede, kurzer Sinn. Ich bin hier erstmal weiter. Aber. Speichern. Morgen den Rückenkern. Kommen wir da runter? Habe ich dich geludelt? Habe ich. Gut. Könnt ihr auch einen Aufzug nehmen? Ich bin aber gerade faul. Und will nicht da hinlaufen. Ich lege gerade, ob ich mich da runterbacken kann. Oh, ich sterbe. Ah, da kommen wir runter. Oh, oh, oder auch nicht. Ja, ist okay. Ich bin schon entladen. Klar, ich nehme mal Aufzug. Geh ja schon. Da hinten war er. Ich bin die Aufzugslauferei, du. Du bist tot? Ah, ich habe mich übersehen. Sorry. Mag ich noch was tragen? Langsam ist es mal wieder voll. Ah, nach geht's. Da müssen wir lang. Da unten kommen wir mal rein jetzt wahrscheinlich. Und vermutlich könnte das auch die Lösung für unser kleines Problem hier sein. 10.000 Schuss inzwischen. Haha. Ach, da ist noch fair. Ach, da ist noch fair. Alles gut. Ach, da ist noch fair. Alles gut. Was soll man hier jetzt zum Fick? Fässerung des Blühen daraus entdeckt. Ah, da, wo wir nicht hin sollen. Ich sage, Charles, jetzt. Der Buchhalter, ne? Jetzt bin ich wieder dabei. Glaubt ihr, müssen wir doch noch einen Besuch abstatten? Ja, ich gebe einfach alles auf. Lamafels entdeckt. Mäh, ihr schaffet. Bleibt drei eure Rasse. Als wir uns jetzt mal 300 Teil weggekickt. Vergilt vor Captain Babbage aufheben. Ich bin beim Badge und Crew von einem Freund vor sich zu brechlich. Ja, okay. Keine Ahnung. Mission kommt noch. Heißgefühl. Rüstungsteile. Munition. Haben wir längstens das Gefühl, dass unsere Munitionsvorräte doch vielleicht ein bisschen ausordern. Wir werden deswegen auch Gewichtsprobleme kriegen. Ja, wir gehen hier lang. Aua! Gute Fragen, was mir denn passiert ist. Vielleicht sind die Bienen reingedappt, so wie ich. Liegt denn da so auffällig? Meisterschütze, also niemand relevantes. Nennt die ganze Drecksrechnung aus, Mann. Zum Kotzen. Wir müssen Gebäude, da müssen wir mal hin. Wir sind ja eigentlich alles offen. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal nett. Noch nett, das steht fest. Die Ausgabe haben wir auch noch gefunden. Nein, Ausgabe 1 und 2. Drei. Aha. Dunkeln kommen wir auch noch hin. Ein missverschlossen. Türen. Ah! Aggression. Geht's mit mir im Kader. Gib Jimmy. Weil auch noch mit Türen verschlossen sind, wenn man nicht reinkommt. Im Filterkopf. Arbeiter-Domizil entdeckt. Hallo. Hä? Hä? Was, über die Kante nicht drüber, oder was? Jetzt geht's. So, knacken. Mitnehmen. Ich hätte aber allerdings langsam kein Problem, wenn wir mal ein Ding finden würden. Achso, apropos, wartet mal. Weil die ganze scheiß Rüschung in der ganzen Zeit mitschlepp. Rüstung, Kopfbedeckung von Inko, Clast, Plünderer und Spacer. Äh. Ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das. Armer, Armer. Spacer. Da haben wir schon mal eins. Armer, Armer. Ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das. Aber so wenig. Ich weiß, wir können mal verkaufen. Ein Kuh-Clusten. Ich weiß das, wir müssen mal kaufen, die Klamotten. Das ist auch noch bei ihr. Ich sehe es kaum. Die wiegen halt alle, ne? So, Ellie, wie sieht es bei der Rüstungstechnisch aus? 53, 57. Was hat denn der Scheiße? Zum Beispiel 67, 77. Ach ja. Ellie, wir kommen nicht drumherum, du musst ja russisch, russer Zeuger pflegen. 30 nur. Poverty? Weil das ist egal. Krieg's eher das. 1,06. 26. 4. Was war die Rüstung? 64. 69. Mit Rüstung, die russer Lady, oder? Was war dein Helm? 64. 49. 64. So viel? Krass. 67. Ist halt viel, was sie mehr haben, aber eben nicht was. Ein Kuh-Clusten, was ich denn scheiße herkomme, hier, Mann. Weil zerlegen will ich's nicht. Das bringt uns nix. Da haben wir nix von. Dankeschön. Munition. Kann man nie zu viel haben. Speichen. Mann. So. Ach, wir haben schon 30 Minuten verdreicht. Ich sage dann, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Amen. Hallo.